Hellöchen, dieom random, 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 random. Naja, auf jeden Fall, ich habe hier von meinen Eltern, habe ich hier so einen coolen... Wie sieht man das denn am besten? Sieht man immer scheiße, aber naja. Ist hier so zum Aufziehen. Da kann man CDs reinmachen. Und bei mir flogen die CDs alle immer nur rum und ich würde jetzt einfach gegen das Licht ein Video machen. Nee, so ist besser. Viel, viel besser. Ich mache da so ein bisschen Random Talk draus. Und ich zeige euch einfach mal, was ich für Musik, was ich für Alben habe. Und die tue ich dann da rein. Und erzähle kurz, warum ich diese Musik gerne höre. Oder ich lasse es sein. Mal gucken. Auf jeden Fall, die 1-Minuten-Regel gilt immer noch. Und in dem Sinne würde ich einfach sagen, wir sehen uns demnächst. Tschüss.